So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Illusion of Time. Wir befinden uns immer noch in der Pyramide. Und wir haben genau genommen, also ich zumindest habe keine Ahnung, wo ich mich jetzt genau befinde. Also ich habe schon eine Ahnung, wo ich mich befinde, aber... Ich weiß nicht... Soll ich hier echt mit Will rein, oder was? Ich weiß es einfach nicht. Also ich sehe da jetzt keine andere Möglichkeit, als da mit Will reinzugehen. Denn immerhin ist Will der Einzige, der den Spin Dash verwenden kann. Und den scheinen wir da ja zu benötigen. Die Gegner hier haben wir alle. Also würde ich sagen, auf dem schnellsten Weg zum Eingang. Der schnellste Weg müsste auch hier irgendwo gleich sein, oder nicht? War hier nicht irgendwo ein Portal in der Nähe? Ach, da haben wir es auch schon. Sehr schön. Zum Eingang des Tempels, bitte. Diesmal auch eine Hieroglyphe. Die dafür benötigen wir offensichtlich Will. Also wieder schön langsam hier runter sinken. Wir haben ja Zeit. Ganz viel Zeit. Ach, wir sind da. Sehr schön. Gut. Willi, 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 da bist du. Will zurück verwandeln. Ja. Und dann darf mich die gute Gaia auch direkt nochmal wieder heilen. Haben ja einiges an Schaden unten nochmal kassiert. Dann speichern wir nochmal schnell. Wir führen die Reise fort. Ja, bitte. Und dann... Warum ich bin... Genau, Leute. Müsst ihr nicht verstehen. Irgendwelche komische Sprachen, die ich selber nicht verstehe. Was ich damit ausdrücken wollte. Was für ein Scheiß. Warum will ich einfach abfinden? So fett, dass du nicht beim Portal vorbeikommst. Also jetzt erstmal den gesamten Weg wieder hinlaufen. Geht sich ja ganz furchtbar schnell. Und nein. Keine Lust mit dem Kopf gegen die Wand. Oder durch so womöglich noch. Das wär's auch. Willi läuft hier nicht die Gänge lang und sucht die richtigen Türen. Nein, der läuft halt mit dem Kopf durch die Wand und holt so die Tafeln. Richtig die gesamte Pyramide am Ende doch noch ein. Ich meine, die wundern sich ja jetzt schon, wie so tonnenschwerere Steine auf dem Wüstensand stehen können. So, also. Dich ignorieren wir vorerst am besten. Und dann... ...kommen die jetzt langsam runter. Und wir fangen an zu spinnen. Und... Abflug! Oder auch nicht. Halt! Ja, also hier hätten wir definitiv den Spin-Dash gebraucht, offensichtlich. Ach, jetzt kommen wir da nicht hoch, oder wie? Ja, dann war's schon richtig, dass wir hier mit Will gerade langgegangen sind. Kann schon alles aus dem Weg. Huch! Das war jetzt ein paar Schritte zu weit. Da unten ist ein Schatz, da möchte ich hin. Ich hab' das Gefühl... Huch! Halleluja! Leute, Leute, zu viel. Ach, aber wir kriegen Schaden dafür. Bedeutet, die Geister zählen nicht als Gegner in dem Sinne? Das ist interessant zu wissen. Achso, ich dachte, er will uns gar nicht angreifen. Ich dachte, dass wir unser Freund so ein einsames Geist bleiben. Er will offensichtlich auch nicht mit uns befreundet sein. Na, wir haben ja zum Glück Freunde. Also, Freunde, die lieber in Watermia bleiben, weil sie sich dort verliebt haben. Oder die auf einmal Chefs von irgendwelchen komischen Firmen werden, deren Eltern... Ähm... ...nicht mehr ganz so frisch aussahen. Irgend so eine komische rosa Tussi. Die wegen jedem heult. Die man am liebsten einfach nur wegschmeißen möchte. Ehh... Und jemand, der ständig noch aufs Klo muss. Also... Man muss schon sagen, Will hat sich seine Freunde echt gut ausgesucht. Ja, aua, 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 aua. Seid ihr aber fertig, mich hier zu vergewaltigen, oder was? Autsch. Ich find's ja schön, wie Will das überhaupt aushält. In jedem anderen Spiel ist man sofort tot, wenn man von irgendwas zerquetscht wird. Hier soll ein Gegner sein, aber ich weiß nicht wo. Aber es gibt auch keine unsichtbaren Gegner hier. Na, dann schnappt jetzt mal die Hieroglyphe. Du hast eine der Hieroglyphen gefunden. Hieroglyphen-Tafeln gefunden. Nicht vergessen. Tafeln. Nicht einfach nur Hieroglyphen. Ist ja nicht... Ist ja kein freischwebendes Zeichen, sondern ist ja ein Zeichen auf einer Tafel. Sondern schauen wir uns doch mal direkt an. Ist das das vierte Zeichen? Schraubenschlüssel und irgendwas, was aussieht, als würde es eine Sonne in die Luft werfen. Und das hier sieht aus, als würde es eine Sonne in die Luft werfen. Scheint also richtig zu sein. Ach, hier haben wir einen unsichtbaren Gegner, oder was? Tatsächlich. Noch saufrecher geht's hier wohl bald nicht mehr. Da ist ja noch einer. Wird ja mal besser hier. So, mein Freund, hier ist Feierabend da oben. Oder auch nicht. Nächste Runde, Feierabend. Autsch, Autsch. 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 Ich sterb hier noch. Ich seh mich hier schon sterben. So, jetzt raus hier. Danke. Und jetzt erstmal schön langsam wieder aufladen. Ja, sorry, Leute. Das dauert hier wohl noch ein paar 30 Jahre. So, jetzt aber. Und hoch da. Jawollo. Und damit ist dann auch dieses unsichtbare Mistviech-Geschichte. Ja, nun komm hoch da. Geht doch. Also diese unsichtbaren Adler-Köpfe regen mich schon auf, ne? Das Dumme ist, aus dem kannst du ja nicht mal mehr Schickenwinks machen. Sind ja nur noch die Köpfe dran. Und die ist ja keiner. Würde ich auch nicht machen, wenn ich ehrlich bin. So, vierte von links, bitte. Aber so langsam nähern wir uns ja dem Ende des Spiels. Also dem Ende des Dungeons. Das muss man ja sagen. Fehlt ja nun... Fehlen nur noch zwei Gänge. Und... Haben wir jetzt eigentlich das fünfte Rote Juwel gefunden? Ich muss unbedingt nochmal nach Dao gehen vorher. Bevor wir die letzte Hieroglypfe einsetzen, weil dann geht's schon weiter. Weil ich hab ansonsten echt keine Ahnung, ob wir alle roten Juwelen haben. Am Ende sollten wir 49 haben. Das heißt, uns fehlt eine. Die finden wir dann in... Im Turm von Babel. So, ich lass mich raten. Dann muss ich gleich mal wieder hochrennen, weil ich... Direkt am Rand der Plattform... Das könnte sogar noch passen. Wow. Okay, ich wollte gar nicht wetten. Überhaupt nicht. Nein. Ich hab sofort gewusst. Ich wollte es nur spannend machen. Weil es auch so spannend ist, dieser blauen Kugel beim Absinken runter zuzugucken. Ich wollte schon wieder B drücken. Ich... Hab mir innerlich schon auf die Zunge gebissen für meine Dummheit. Und dann hab ich's gerade noch so gerettet. So, ich hoffe, dass wir diesmal mit... Dem guten... Wie heißt der Typ jetzt noch? Shadow richtig liegen. Also auch den richtigen Kampagnon hier haben. Oh, 15 Schaden ist schon mal nicht schlecht. Wie viel Schaden machen wir jetzt eigentlich insgesamt? 38 Stärke haben wir mit... Dem blauen Geist. Wie heißt der noch? Shadow. Waren hier nicht an? Nee, die... Mumien waren auf der anderen Seite. Also... Im anderen Gang. Hier werden wir... Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, hier werden wir Freedom benötigen. Aber hier können wir runter. Und das wiederum erweckt meine Neugier. Ob wir hier nicht vielleicht... Alter Schwede, euch geht's zu gut, wa? Ob wir hier nicht vielleicht... Die Truhe finden. Oh. Vor allen Dingen finden wir hier einen Gegner, dem wir jetzt dummerweise ausgewichen sind. Ja. Hier haben wir die Truhe mit dem roten Juwel. Direkt mal wieder ausrüsten. Und dann... Müsste nur noch eines fehlen. Also nur noch ein rotes Juwel. Und dann werden wir uns mal direkt in Frieden verwandeln. Nachdem wir gleich wieder oben sind. Was hier alles in Ordnung haben. Und direkt wieder runter. Runter. Sehr schön. Ich hab ganz vergessen, dass die Pyramide so aufwendig ist. Aber okay, wir haben es ja bald geschafft. Und das Finale wird episch. Also zumindest teilweise. So, wir sollten aber jetzt so lange echt mal die letzten Bleibenverbliebenen in die Lebensjuwelen finden. Ja, wir sind verwundet. Speichern. Fortführen. Danke. Ja, guter Frieden. Kleines Erdbeben? Gerne doch. Na schade. Ich hatte gehofft, die Pyramide bricht zusammen. Aber leider tut sie's nicht. Auf jeden Fall sehr erdbebensicher gebaut, muss man ja sagen. Aber ich vermute mal, dass einfach so viel wie unter der Erde liegt. Das ist von einem, der wir auch so tief in der Erde vergraben, dass die Pyramide einfach alles aushält. So, aber hier müsste jetzt doch was runterfallen, oder? Ha, ich wusste es doch. Irgendwas so in der Art war da. Aber jetzt kommt auch das Letzte. Sehr schön. Okay. Hat das Spiel seine Meinung also auch zu der Situation kundgetan? Soll's gerne tun. Was war das gerade für ein Satz? Ich hab keine Ahnung. Klang auf jeden Fall etwas wirr. Noch eine Schattenbrühe gibt's hier nicht. Fünf Gegner haben wir hier noch. Jetzt nur noch drei. Davon sollen wohl welche unsichtbar gewesen sein. Oder sind da hinten, eins und zwei. Hier ist schon mal so ein unsichtbarer Kopf. Also, den sind wir vorbeigelückert. Ähm, und hier haben wir noch mal so eine Geschichte. Und wo sind die beiden Totenköpfe? Sind scheinbar wieder unsichtbar. Oder auch nicht. Ja, dann holen wir doch die Platten direkt mal wieder runter. Doch, da sind doch eindeutig welche unsichtbar. Ja, ich wusste es doch. Hier waren welche unsichtbar. Also, wow, ein Lebensgebil. Fehlt ja nur noch eines. Sind wir noch bald mal da? Ne, 20 Gegner noch. Und keine Schatztruhe mehr. Ach, Mumien, die süß. Ja, kommt her. Butt, 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 butt. Kaputt. Eines finde ich schön. Ich finde es schön, wie man hier mit echt noch mal allen durch muss. Ich finde, das unterstreicht nochmal diese Finalwürdigkeit des Ganzen. Jeder... Es wird einfach alles nochmal benötigt. Also, von jedem Charakter eine Fähigkeit. Auch wenn wir hier jetzt schon wieder sehr viel mit Shadow machen könnten. Moment mal, kann man sich nicht ganz einfach mit einem Darkfire erledigen? Ja. Okay, ich habe deren Schwäche gefunden. Das ist eindeutig der Darkfire. Ach komm, die Geister sind hier auch kein Problem mehr. Sind das drei oder neun Gegner? Neun Gegner noch. Ladet am besten schon mal den Darkfire auf. Dauert ein zweites lang. Länger, aber okay. Ne, ich möchte erst nochmal nach oben. Erst alles einzeln abchecken. Wobei, ich glaube, ich habe da gerade einen Teleporter gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach hier mal runter und dann schauen wir, was uns da erwartet. Mumien. Aber davon ganz schön viele. Kaputt. Oh, ich liebe den Darkfire einfach, ne? Er ist einfach das Nützlichste. Okay, jetzt kommt noch ein nützlicher Skill im Spiel. Aber wirklich erst am Ende. Ach ja, jetzt hast du schon wieder... Aha. Warte, komm, die Treppen nicht hoch. Nein, wie schön. Ach, irgendwie doch. Und dann überlebt er den Darkfire noch. Ist doch mal nicht wahr. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Achso, hier ist eine Treppe noch unten. Das macht mir Mut, dass ich richtig bin. Hier ist ein Unsichtbarer. Also hier war ein Unsichtbarer. Ach, da hätten wir runterspringen können. Und da scheint noch was zu sein, oder nicht? Darkfire, ja. Und gefunden. Komm doch mal her. So, jetzt haben wir hier noch zwei Gegner. Ich glaube, die habe ich auch schon gesehen. Auf der Karte. Die müssen hier hinten irgendwo sein. Ja. Ha, sehr schön. Und wir kriegen noch etwas Schaden dazu. Ich habe schon gewundert, ob sich das irgendwie noch ausgleicht. Weil wir haben jetzt ja, wenn wir hier mal den Status anschauen. 29 Stärke und 30 Abwehr. Ich finde das etwas unausgeglichen. Hier ist eine Steintafel in der Wand. Und da hörte ich, dass sich um ein Hieroglyph verhandelt. Der zweite Vogel. Da erinnere ich mich noch der erste oder der fünfte. Den ersten haben wir schon eingesetzt. Aber ich glaube, noch der fünfte Platz. Yay, Feuerwerk! Episch! Übertrieben. So, den letzten Vogel. Also haben wir auch. Den dafür dann einsetzen. Und dann gehört der letzte Teil ganz offensichtlich. Komplett Shadow. Pyramide. In die fünfte von links gerne. Danke. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder, wie üblich, zurückverwandeln. Zumindest können wir uns das jetzt auch hinterher sparen. Und dann müssten wir soweit eigentlich schon bald wieder vollständig sein. Finde ja witzig, dass man hier am Ende keine Heilkräuter mehr findet. Das heißt, wenn man nicht fleißig war, hat man am Ende keine Chance mehr hier. Oh, ich bin dumm. Ich habe noch gesagt, ich möchte hier oben nichts speichern. Und jetzt tue ich es trotzdem. Ach, ja. Komm, lass mich einfach runter. Klatsch. Gut. So, den letzten Bereich haben wir ja schon mal angefangen. Habe ich mich ja dann doch zum Gehen gewandt, weil ich mir dachte, ähm, nö. Machen wir doch erstmal woanders weiter. Einfach so links nach rechts komplett einmal durch. So, da könnten wir runter mit Shadow. Hier könnten wir auch runter mit Shadow. So, jetzt sind wir da drüben nicht runtergegangen mit Shadow. Weil ansonsten den Gegner hier verpasst. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, welcher Weg nach unten ist der richtige? Ähm, ich gehe mal den Weg hier runter. Und soll dafür direkt wieder hochgehen. Was ist das denn hier für eine Nummer? Ah, genau das meinte ich. Seht ihr? Ja. Richtig. Ah, diese... Das ist wirklich fies. Das heißt, wir müssen jetzt ganz genau darauf achten, ob da vielleicht Durchgänge drin sind. Kommt schon, stirbt einfach. Ja, da ist auch eine Treppe, seht ihr? Das sieht man ganz, ganz leicht. Das ist wirklich... Das ist ausgeflügelt. Hier waren wir schon? Wann das denn? Ach, hier sind Gegner. Okay. Nur einer oder noch ein zweiter? Offensichtlich nur der eine. Na, kann man hier irgendwo durch? Offensichtlich nicht. Oder Shadow ist einfach nur zu fett. Aber man kann sich ja flüssig machen, also wird es ja wohl auch nicht so schwer sein. Findet ja auch mal irgendwie, der könnte sich mal was anziehen. Ich meine, wenn man mal so guckt, man könnte... Das geht alles. So, übertrieben durchtrainiert. Sagt erst, dass uns wegen großer... Ja, ich übernehme den Körper von dem und den... Ich kann Körper übernehmen und dann kommt da sowas raus und ich finde ja eindeutig, dass Willen nicht so aussieht. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob ich ihn überhaupt nackt sehen möchte und da lautet die Antwort irgendwie nein. Aber ich kenne gewisse Mädchen, die wollen das, die nennen sich Cara sind rosa und möchte man am liebsten zum Mond schießen, wenn man denn dürfte. Müsst ihr ja nicht irgendwo... Ich muss nochmal schauen wegen der Schatztruhe. Aber jetzt müsste ja auch noch ein rotes Duvel fehlen, wenn ich mich nicht irre. Noch mal probieren. Das heißt, wieder schön fleißig aufpassen. Hier ist nichts drin. Autsch. Ich schaue einfach trotzdem nach, auch wenn man dahinter keine Treppe sieht. Kann ja sein, dass es keine Treppe ist, sondern sonst irgendwie ein Durchgang. Ja, das sieht doch schon wieder prädastiniert dafür aus. Hat so eine komische Aufmachung hier. Na, komm her. Danke. Nein und nein. Und noch weiter hoch haben wir noch mehr Mumien. Ach, und nächstes Mal wieder einen Herrn Kollegen Laser. Und tschüss. Ach, der lebt immer noch. Ich finde es einfach nur gut, dass wir auf dem gesamten Weg offensichtlich nie ein Leben gebraucht haben. Ach, da ist schon wieder eine Treppe. Ich wusste es doch. Schauen wir uns doch mal da um. Hier ist der Teleporter. Und die letzte Hieroglyphe. Hätten wir die dann auch schon mal gefunden. Müssen wir uns merken. Aber es gab in den letzten Bereichen auch noch ein paar Gegner. Die hätte ich dann auch gern noch mitgenommen. Lass mich gehen. Danke. Damit haben wir aber schon mal alle Hieroglyphen. Das übersiert man auch echt einfach nur grausam schnell, ne? Achtet man aber auch gar nicht so schnell drauf. Ach, schon wieder. Ach, ein Unsichtbarer war da. Okay. So, damit haben wir wohl alle Gegner. Aber ich glaube noch nicht alle Juwelen. Ist da natürlich auch eine Frage, wo ist das letzte Juwel? War der Bereich so klein? Der war doch nicht so klein. Also hier ist nichts. Ah. Hier geht es runter. Irgendwo anders hin. Aber ich glaube noch nicht. Ich glaube von hier kamen wir doch, oder? Hä? Ah, nee. Hier war der Unsichtbare. Okay. Wo ist denn das letzte rote Juwel? Hm. Da gehe ich am besten mal mit dem Teleporter zurück und schaue nochmal an jeden Durchgang. Vielleicht finden wir ihn dann ja. Ja, das rote Juwel. Also hier ging es da runter. Hm. 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 Mysteriös. Mysteriös. Schauen wir es einfach mal an. Vielleicht finden wir hier was. Nee. Wie zu erwarten war. Wir rutschen hier einfach nur komplett runter. Dann müsste ich mal überlegen. Was war das Geheimnis des letzten rote Juwels? Wie war das mit dem Ding geregelt? Nein. Okay, die Katzine müssen wir uns jetzt noch anschauen. Begib dich lautlos nach links. So ist es gut. Und nun nicht bewegen. Der Schakal. Ich kenne deine Geschichte. Ich hörte von einer alten Biotechnologie, die das Licht eines Kometen nutzte. Das warst du. Mit der Gabe deinen Körper zu verändern, kannst du alles erreichen. Die Menschen werden dich anbeten. König Edward beauftragte mich, ihm deine Kräfte zu bringen. Mein Vater? Ja. Er ist dein Vater, aber er ist auch der König. Er würde alles tun, um noch mehr Macht zu erlangen. Er ist wahrscheinlich noch böser als ein Teufel wie ich. Hör auf damit. Egal. Mir geht es nur um das Geld, um Reichtum. Folge mir in Edward Schloss. Wir hören entflüstern. Will. Spiel die Flöte. Will. Auch dafür verwandeln wir uns sogar extra noch zurück. Wir haben ja schon gehört, es gibt hier in dem Raum wohl eine Falle, die auf Geräusche reagiert. Ja, und dann schauen wir uns nochmal an, was Lolas Melodie anrichtet. ein letztes Mal, dass wir sie erklingen lassen. Diese schöne Melodie. Puh, heiß, wa? Die Stelle finde ich echt heftig. Kara. Kara. Achtet mal auf das Weiße in seinen Augen. Habt ihr gesehen, das ist komplett erloschen. Will. Warum nur hassen sich alle Menschen? Ich. Ich. Tut mir leid, Will. Ich mache immer Ärger. Du tust alles, um die Welt zu retten. Zuerst wollte ich nur weg vom Schloss. Doch dann habe ich verstanden, dass es um mehr geht. Ich werde dir helfen, die Sache zu beenden. Lass uns die fünfte Statue finden. Die Melodie, die du spielst, wurde im Schakal zu verhängen. Find's auch. Also hier passt die Musik mal richtig geil. Weil man muss sich mal bedenken, wir stehen in so einem kleinen Raum, haben gerade den Schakal komplett verbrannt. Zwei kleine Kinder. Und der Raum muss stinken wie die Hölle. Jeder. Also, das wird vermutlich keiner mitbekommen haben, wie man schon verbrannt wird, aber jeder, der sich mal so die Aufzeichnung zur NS-Zeit angeschaut hat, wie es in den Konzentrationslagern abgelaufen ist, weiß, dass ständig davon berichtet wird, wie gestunken ist, wie sehr es gestunken hat, wenn die Menschen dort verbrannt wurden. Die Leichen der Menschen. So, bevor wir da jetzt aber erst mal weiter rumbohren, reiben wir erst mal zurück nach Dao, weil ich möchte wissen, wie viele rote Juwelen wir jetzt haben. Uns müsste definitiv noch eines fehlen aus der Pyramide. Und vorher werde ich auch die letzte Steintafel nicht einsetzen, weil die wird uns dann zum Boss bringen. Ja, die Pyramide hat einen Boss, möchte man nicht glauben. Aber die Mumien war nicht so ziemlich nicht das Einzige, was dort irgendwie nicht ganz sterben wollte. Ja, Juw fehlt da definitiv noch. Aber ich würde sagen, das suchen wir erst im letzten Part. Oder noch besser, ich suche es selber und werde dann einfach nur reinschneiden, wo ich sie gefunden habe im nächsten Part. Und Kara sitzt er immer noch vor der brennenden Leiche, das ist echt unglaublich. Ja, aber so kam dann alles irgendwie zum Ende in dieser Pyramide. Ja, nur noch Skelette übrig, die hat auch nichts gemacht, um den Leichnam zu löschen oder so. Hat ihn komplett ausbrennen lassen. Tja. So Leute, ich beende den Part an dieser Stelle aber. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne. Tja.